Jetzt habe ich gerade gar keinen Kopf für dieses Spiel, weil ich mich das jetzt so nervt, dass es nicht funktioniert. Ja, hier ist einfach Soundalert. So, ich höre den Alert schon mal nicht. Wo ist es denn? Soundalert. Nur Monitor. Mach mal nochmal einen. Macht mal einer einen Alert. Okay, jetzt höre ich wenigstens die Alerts. Muss ich nur schnell schauen. Das ist wahrscheinlich auch Overlay 1, oder? Das war laut, gell? Ja, ich mache es mal ein bisschen leiser. So, jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir auf Twitch folgt, damit ich weiß... Nee, Quatsch, Follow habe ich sogar aus. Ähm, ich brauche einen, der cheert oder so. Damit das da unten da irgendwie aktiviert wird. Ha, egal. So, ich höre Monster, ich sehe sie wieder mal nicht. Ich bin gerade einfach voll gar nicht bei der Sache. Mann, ich dachte, ich habe hier jetzt ein perfektes Ding eingestellt. Äh, und kacke in meiner Hose drin am Ende wieder. Äh. Warum ist das hier noch rot? Ich habe gehört, jetzt wird es anspruchsvoll hier. Der heißen Berg ist nämlich nicht nur ein Drogenkocher, sondern auch wild. Wild. Das war R2-D2 war das. Wenn du bei mir auf Twitch gehst, kannst du Sounds machen. Ja, ich habe es leiser gemacht. Es ist ungefähr so laut wie beim letzten Mal jetzt. Ah, du kleiner Pimmelbeert. Lass mich nah laden, nah laden. Ah, guten Tag, Melissa. Ah, gut nach, Melissa. endlich hat es mal funktioniert und gleich eine Trophäe bekommen okay Mann ich bin so gar nicht bei der Sache das merkt man schon wieder ich hab das letzte mal richtig tolle gespielt und jetzt bin ich schon wieder irgendwo geistig nicht ganz auf der Höhe aber es macht nix ich schmeck voll nach Fischstäbchen mit Zwiebeln aus dem Mund für die die es interessiert kommen die hier immer wieder oder was ein Nest ich weiß dass ich das machen kann den Bodensack in kaltes Wasser Alter ist es dein fucking ernst der Bodensack in kaltes Wasser in den Boden sagt in kaltes Wasser in den Boden gut 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 und ich habe gerade erst angefangen dachte ich kann hier noch ein bisschen chillen jetzt wo Alter, wie viele sind das denn? Da kommt halt noch einer. Ah, ist jetzt Ruhe, ist jetzt Ruhe, habe ich jetzt mal kurz, mir tut direkt mein Daumen weh vor Stress, oh Gott, hat was von Doom, ja, oh Gott, da sind sie, ich höre sie ja schon wieder, das ist mir zu stressig, ich glaube ich spiele jetzt Barbies Farm Adventure. Ist das dein Ernst, die kommen ja wirklich immer wieder. Ja, ja. Sagen wir mal, das ist doch nicht dein Ernst. Es kann ja nicht stimmen, dass ich hier alle töten muss. Da bin ich ja 13 Jahre beschäftigt. Voll lustig Mann, voll lustig. Ich bin ja 14 Jahre alt. Ich bin ja 14 Jahre alt. Ich bin ja 15 Jahre alt. Ich bin so gestresst. Ich bin ja 15 Jahre alt. 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 So. Irgendwie das Gefühl, ich habe eine Waffe verloren. Ne. Ich bin ja 15 Jahre alt. Ich bin ja 15 Jahre alt. Ich bin ja 15 Jahre alt. Wie ich das spiel von 0 bis 10 Ich würde ihm eine 7 bis 8 geben Macht schon Spaß Zwischendrin vermisst man ein bisschen den Horror Gerade durch das Open World, aber das hat halt Open World so an sich Aber ich muss sagen Die Bosse und so Die haben sich da schon komische Sachen überlegt Da muss man schon mal sich überlegen, wie komisch sind die Macher Die sich sowas überlegen, sowas zu überlegen Danke für die Geschenke, Finn Allein sowas In wem fällt so eine Szene ein? Wenn du mir ein WhatsApp schreibst, sollte dir klar sein, dass ich es nicht immer lesen kann Wollte ich nur nochmal Ich war jetzt nur Zufall, dass ich es gesehen habe im Augenblick Puh Puh Ich frag mich, ob die Eichelkar sind Und wenn ich schon wieder Explosiv ge... Oh, jetzt schon wieder ein Speicherpunkt Oh, das ist ein ganz ein schlechtes Zeichen Das ist jetzt Rauch, oder? Lieber Kasimi Ja, wer denkt sich sowas aus? Das ist halt wirklich so Ich verstehe das gar nicht Was für Tabletten haben die? Um dann aber auch normal am Alltag teilnehmen zu können Oh Gott, das ist schon wieder so eine Fuck-Arena Das ist dein Ernst, muss ich jetzt von einem so ein Gemetzel ins nächste laufen? Ich wollte doch einfach nur auf entspannt jetzt ein paar Viecher töten Und hier jetzt nicht die Welt retten oder so einen Scheiß Das ist nicht gut Nein Ich habe nur ein Grunzen gehört Gibt das überhaupt was? Ja Nein, ich nehme jetzt nicht die Magnum Boah, das war... Das war so knapp Der hätte beinahe meinen Himmel abrasiert Das war so knapp Mach, 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 mach! Tu was! Oh, das hat ihn gar nicht interessiert, der letzte Film. Hallo? Oh, oh, jetzt ist er böse. Oh, oh, jetzt ist er böse. Jetzt ist er böse. Ah, Suryuken! Oh, 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 oh. Eine Rohrbomblein habe ich bekommen. Wo ist er? Ah! Ah, du bist doch echt! Wieso mag der mich nicht? Ich verstehe es nicht. Ich wäre voll auf einer Wellenlänge mit ihm. Habe ich so das Gefühl. Aber irgendwie macht der mich einfach nicht. Pass mal auf, ich brauche jetzt da mal was, dass der ein bisschen Aua macht. Hier sowas zum Beispiel. Oder sowas. Wo ist er? Ja! Ach, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ja, dann bin ich da. Ja, dann bin ich da. Ja. Da, da. Schiss, danke fürs Folgen. Schiss hatte ich vor denen noch nie, weil ich bin ein übel sehr starke Typ. Am Arsch! Geleckt! Ha! Fettgeiler, wie ich den jetzt legt, oder? Kristallize Hammer. Dachte, die Taktik mit dem Rauch und dann schön in die Fresse schießen ist gut. Das hat halt einfach nichts gebracht, weil der einfach so unfassbar viel Energie hat. Das ist immer noch Resi Village, ja. Ui. Immer noch nicht. Was fehlt hier noch? Ui da, hier sind aber viele. Ui da! Ha! Immer noch nicht. Ist denn da noch was? Ah. Ah, 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 ah! Im Fernseher. Jetzt schon den Flakon. Im Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Hab dich lieb, Schatz. Ciao. Verdammt. Ich glaube, ich mache den einen Ticken lauter. Ich spiele es zum ersten Mal, ja. Ich werde mir sowas von Munition kaufen, wenn ich wieder im Lande bin. Das ist der Heisenberg, Mann. Der weiß das einfach. Der spürt nicht. Danke fürs Folgen. Trimix is the best. Ähm. Das ist der Heisenberg. Der weiß das einfach. Das war schon ein Schatz. Mann, Hans. Das war's. Das stimmt doch was nicht. Danke fürs Folgen, Daniel. Einen hab ich vergessen. Einen was? Hä? Du meinst einen Schatz? Ja, den Linken. Den kann ich ja nicht mehr holen, wurde immer gesagt. Warum? Weil der Doktor Professor Lauch eingeschlafen ist. Das ist alles instinktiv vorher aufgenommen. Der weiß, man weiß doch was Ethan antwortet. Kann ich da irgendwas tun da unten? Nee, ich spiele doch nicht von neu. So wichtig ist mir der Schatz dann auch nicht. Die Frage ist, wo bin ich jetzt? Bin ich unterm Äcker? Jetzt habe ich aber hier wieder was Geheimes entdeckt. Oh, Munition. Dankeschön. Foto eines Geisterfisch. Aha, okay. Bei diesen Fisch, äh, Tierbildern nimmt er die automatisch weg. Ist mir aufgefallen. Die kann man gar nicht inspizieren. Kadu Implantantarizayona. Ey, das ist mir eigentlich egal. Ich verstehe die Story eh erst immer im Nachgang, wenn ich dann mir nochmal ein Video dazu anschaue. Er hat mich jetzt erschrocken, muss ich zugeben. Ach, halt auch auf. Boah. Acht! Ahaah! wo ist er wo ist der hat sich einfach voll weg er muss so viel erleiden so viel schmerz die letzten habe ich aber noch mal ordentlich der ist nicht stabil eigentlich fällt der Ethan dauernd auseinander bloß der flickt sich ja ständig wieder zusammen keine Ahnung wie er es macht aber es ist halt einfach so bei denen ach hier bin ich jetzt krass damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass ich hier rauskomme ja dann flakonisieren wir doch mal das ganze hier hast du das gehört das ist ganz gefährlich komme ich da jetzt immer noch nicht rein ich komme da nie mehr rein das ist einfach ich bin hoch erfreut dich lebend wiederzusehen naja ein paar stücke fehlen aber sonst muss ich das etwas kaufen ja ja so bann mal auf hier wertvoll fünf mal gleich da habe ich da habe ich ja nichts gell doch tatsächlich doch tatsächlich meine gesundheit steigt beträchtlich das ist ja nicht mehr so ja das ist ja nicht mehr so das ist ja nicht mehr so 2 fehlen dann hätten wir hier alles voll nein beachte mich gar nicht wie keine rolle ich bin ja so reich moment bitte danke alex für die was ist das eigentlich eine katze moment bitte ich weiß nicht irgendwie fehlt mir doch da ein chicken gerade habe ich gesehen irgendwas vergessen schon gut das war's ja man ordentlich shoppen guckst du mir fehlen zwei geflügel zu hungern bis nächstes mal hoppala hast du endlich deine ablenkung in der arbeit das freut mich so jetzt flaconen wir das ding da mal ist egal scheiß auf die zwei geflügel wo wenn er wüsste jetzt geht es gleich richtig ab oder so was ich habe ehrlich gesagt gar nicht so große lust den aufzusuchen ich muss schnell nach die twitch statistiken hier einblenden so 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 so